Die Heilsamkeit eines Gegenübers. Sehen und gesehen werden. Dies gelingt mit einem scheinbar schlichten Experiment. Dem Partner vier Minuten in die Augen schauen. Ich habe schon zweimal woanders hingeschaut. Du auch. Danke. Wie geht es dir dabei? Gut. Mir auch. Das ist schon ein bisschen anders. Quasi des Soils. Aber du findest gut. Ja, das ist ein gutes Experiment. Aber du hast irgendwie ein leichter Beule in den Augen. Ich glaube wir nehmen mal die Brillen ab. Sieht man doch besser. Ich weiß es nicht. Ja, es ist doch so schön. Stören dich die Falten? Nein, nicht. Was machen wir heute Abend? Tja, was du möchtest. Gehen wir zum Spanier. Riechen geht auch. Du musst mal zusammen sein genießen. Ja. 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 Die berühmte Liebe auf den ersten Blick. Ja. Ich denke mal, warum kannst du nicht mal vier Minuten ruhig sein? Nein. Aber so bist du und so liebe ich dich. Also es hat mich irgendwie gefreut, dass du so vor Lachen weinen musstest. Bevor wir herkamen, hatten wir so einen kleinen Streit und das ist jetzt wieder gut. Echt? Ich habe noch mehr Videos auf diesem Kanal. Deswegen kann ich nur eins empfehlen. Hier oben abonnieren. Beziehungsweise ich kann noch was empfehlen. Nämlich diese beiden Videos. Ansonsten sehen wir uns bald wieder. Schreibt in die Kommentare, welche Themen ihr gerne hören würdet. Bis bald. Das ist'sенить. Bis bald.